Wir können wahrscheinlich schlafen. Wir sind das Team Digital mehr erleben. Hier im Ozeanium in Stralsund beschäftigen wir uns mit Menschen, Räumen und digitalen Verbindungen dazwischen. Wir möchten bestehendes gut digital unterstützen und auch neue Angebote schaffen. Und nachhaltige Angebote. Die unsere Gäste begeistern. Und unsere Kolleginnen und Kollegen. Toll, wie das leuchtet. Was ist das eigentlich? Staatsqualle. Die auch in echt so schön leuchten. Wie machen die das überhaupt? Wir von Fluxguide entwickeln schon seit vielen Jahren digitale Vermittlungslösungen für Museen. Und hier im Ozeaneum erarbeiten wir gemeinsam mit dem Deutschen Meeresmuseum, wie hier vor Ort mit Hilfe von mobilen Applikationen, Smartphones, Tablets, Orientierung und Vermittlung neu gedacht und umgesetzt werden könnte. So, das Aquarium habe ich jetzt auch gesehen, das war super. Die Ausstellung habe ich, die Pinguine, die möchte ich noch sehen. Wie komme ich da denn am besten hin? Am Cologne Cobots Lab entwickeln wir sozio-empathische, KI-basierte, virtuelle Agenten und Roboter. Ziel ist es, eine Conversational AI zu entwickeln, die mit Menschen auf Augenhöhe in öffentlichen Räumen interagieren kann. Die Kooperation mit dem Deutschen Meeresmuseum bietet uns eine großartige Möglichkeit, den Einsatz solcher Systeme in einem neuen Kontext zu untersuchen und zu observieren, wie Museumsgäste mit unseren Systemen interagieren. Die Kooperation mit dem Deutschen Meeresmuseum Die Kooperation mit dem Deutschen Meeresmuseum